Ein neues Sims 4 Update erscheint nächste Woche, dessen Inhalt und andere Verliebt-Ereignisse ich in diesem Video mit euch teilen will. Ein neues Gratis-Update für die Sims 4 mit neuen Features, aber auch mit vielen Fehlerbehebungen wurde soeben angekündigt. Ich habe direkt schon mal die Arbeitsliste geöffnet, die die Entwickler dazu geteilt haben und es sind insgesamt über 60 Probleme, die mit dem nächsten Update angepackt werden. Normalerweise liegt zwischen der Liste und der Veröffentlichung dann ungefähr eine Woche, das heißt nächste Woche sollte es dann mit dem Update soweit sein. In circa zwei Monaten kommt dann nochmal so ein größeres Update. Für die Konsole ist es jetzt nicht so spannend, aber was ich hier entdeckt habe, was sehr genervt hat. Andere NPC-Sims bequatschen den eigenen Sim nun nicht mehr, wenn sie sich in einer Verabredung befinden. Dass sich Fingernägel verformen konnten, war auch sehr nervig, das habe ich in letzter Zeit auch öfters mal beobachtet. Da sind die Treppengeländer immer verschwunden, wenn man eine Kachel neben eine Wand platziert hat. Es sind passend zum Erweiterungspack-Thema sehr viele Fehler, die mit der Romantik zu tun haben. Da wurde ein bisschen verbessert. Auch bei Gaumenfreuden wurde geschraubt, da gab es ja auch immer sehr viele Bugs. Und zwar sollte es jetzt weniger passieren, dass Sims, die angeheuert werden, einfach nicht auftauchen. Und man glaubt es kaum, Sims essen jetzt auch korrekt in einem Restaurant. Kennt ihr das, wenn ihr im Restaurant schon mit eurem Essen fertig seid und die andere Person hat gefühlt noch nicht mal angefangen? Vorher bestand das ganze simlische Restaurant aus solchen Leuten und jetzt ist es etwas ausgeglichener. Auch für schwächere PCs interessant. Wenn man mit seinen Sims reitet, dann treten insgesamt weniger Lags auf. Das ist noch positiv. Und dass sich Pferde bei 2- oder 3-facher Geschwindigkeit teleportieren, tritt ebenfalls nicht mehr auf. Übrigens, wenn ihr auf die Verliebterweiterung ordentlich sparen wollt, 34,49 Euro, um genau zu sein, schaut gerne in der Beschreibung bei meinem Partner Instant Gaming vorbei. Bei meinen Hochzeitsgeschichten wurde ein bisschen was geschraubt. Ja, mittlerweile ist dieses Pack auf jeden Fall fehlerfreier, aber trotzdem nicht großartig viel spaßiger. Alle Fehler, die genau behoben wurden, könnt ihr euch auch nochmal in der Beschreibung im Blog-Eintrag ansehen. Dann wird es schon morgen Abend zum Verliebterweiterungspack einen neuen Gameplay-Trailer geben. Um 19 Uhr ist es soweit. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da so gezeigt wird. Dann vermute ich noch stark, dass dann nächste Woche am Freitag wieder der Entwickler-Livestream stattfinden wird, in dem wir dann auch wahrscheinlich die Weltenkarte und allgemein die ganze Erweiterung im Detail von den Entwicklern gezeigt bekommen. Jetzt würde mich auf jeden Fall auch nochmal interessieren, auf welches der Gratis-Features, also runde Pools, verbesserte Wimpern oder das neue romantische Grenzen-System ihr euch am meisten freut. Und dann sieht man sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.